Liebe Studierende, im Rahmen der Videoreihe Staatsorganisationsrecht befassen wir uns heute mit den politischen Parteien. Mit ihnen verbinden sich zahlreiche, oft klausurrelevante verfassungsrechtliche Fragen und Probleme. Die wichtigsten will ich Ihnen hier näher bringen. Um gleich medias in Res zu gehen. Welche Bedeutung haben Parteien eigentlich für die Verfassungsordnung? Dazu müssen wir zwei Vorschriften unter die Lupe nehmen. Die erste ist der Ihnen hoffentlich wohlbekannte Artikel 20 Absatz 2 Grundgesetz, den ich etwas verkürzt zitiere. Alle Staatsgewalt geht vom Volke aus. Sie wird vom Volke in Wahlen und Abstimmungen ausgeübt. Parteien finden in dieser Bestimmung keine Erwähnung. Aber sie sind doch, wie man gern sagt, die Elefanten im Raum. Denn in demokratischen Systemen sind Parteien für die Durchführung von Wahlen unabdingbar, ganz gleich ob Verhältnis oder Mehrheitswahl gilt. Sie bilden ein Scharnier zwischen der Wahlentscheidung des Volkes und der Konstituierung staatlicher Organe. Und über ihre Tätigkeit wirken sie wiederum auf die politische Willensbildung zurück. Bei der Verhältniswahl, wie sie in Deutschland gilt, treffen die Parteien mit ihren Wahllisten eine Vorentscheidung darüber, wer das Volk, aber eben auch die Parteien, im Falle eines Wahlerfolgs in Deutschland repräsentiert. Die zweite Vorschrift des Grundgesetzes, die hier zu nennen ist, würdigt diese Funktionen der Parteien ausdrücklich. In Artikel 21 Absatz 1 Satz 1 Grundgesetz heißt es, die Parteien wirken bei der politischen Willensbildung des Volkes mit. Dies ist keineswegs nur ein deklaratorisches Bekenntnis zu soziologischen Befunden. Vielmehr ist die Aussage mit konkreten Rechtsfolgen verbunden, die sich teils auch aus den weiteren Absätzen des Artikels 21 ergeben. Aber was ist das eigentlich, eine politische Partei? Eine Definition findet sich in Artikel 21 Grundgesetz nicht. Deutsche Verfassungstradition hilft nicht weiter, weil die Weimarer Verfassung, wenn man von einem einzigen beiläufigen Passus absieht, Parteien nicht einmal erwähnte. Kann der Rekurs auf das Parteiengesetz helfen, das auf der Basis, der in Artikel 21 Absatz 5 Grundgesetz enthaltenen Ermächtigung erlassen wurde? Denn dort im Parteiengesetz, genauer in Paragraf 2, findet sich eine Definition der politischen Partei. Bitte lesen Sie die drei Absätze des Paragraf 2 einmal in Ruhe durch. Wer sie kursorisch betrachtet, mag darin nur eine Paraphrase des Artikel 21 Absatz 1 Grundgesetz sehen. Tatsächlich aber ergibt sich so einiges, was in § 2 Parteiengesetz steht, nicht wie selbstverständlich aus dem Grundgesetz. Zum Beispiel steht in § 2 Parteiengesetz, dass der Wille zur Mitwirkung sich auf Bundes- und Landesparlamente beziehen muss. Kommunale Vertretungen spielen keine Rolle. Weiter werden Anforderungen an die Organisation und Öffentlichkeitsarbeit gestellt, aus denen auf die Ernsthaftigkeit der Zielsetzung geschlossen werden kann. Und es ist festgelegt, dass nach sechs Jahren Inaktivität bei eigenen Wahlvorschlägen der Parteienstatus verloren geht und dass ausländerdominierte politische Vereinigungen keine Parteien sind. Das Grundgesetz dagegen schweigt zu alledem. In der verfassungsrechtlichen Klausur müssen Sie aber den verfassungsrechtlichen Parteienbegriff bestimmen. Dabei darf Ihnen nicht der Kardinalfeder unterlaufen, das Grundgesetz nach einfachem Recht, also nach dem Parteiengesetz, auszulegen. Weil das Parteiengesetz im Range unterhalb des Grundgesetzes steht, kann es nicht determinieren, was das Grundgesetz unter einer Partei versteht. Erlaubt ist nur die Frage, ob der in § 2 Parteiengesetz wiedergegebene Parteienbegriff mit dem Parteienverständnis des Grundgesetzes übereinstimmt. Da Artikel 21 Absatz 1 Grundgesetz nicht sehr auskunftsfreudig ist, müssen Sie sich der Antwort über systematische und teleologische Auslegung annähern. Ein felsenfestes Ja oder Nein ist schwer zu begründen. Falls Ihr Ergebnis lautet, dass nicht alles, was in § 2 Parteiengesetz steht, auch in Artikel 21 Absatz 1 Grundgesetz hineingelesen werden kann, dann kann sich unter Umständen die Frage stellen, ob § 2 Parteiengesetz überhaupt in allen seinen Teilen mit Artikel 21 Absatz 1 Grundgesetz vereinbar ist. Manche bestreiten dies. Ich betone, dass sich die Frage stellen kann, aber nicht muss. Beantworten Sie, wie in jeder Fallklausur, nur das, wonach gefragt ist und setzen sich nur mit denjenigen Rechtsproblemen auseinander, auf die es für die Beantwortung der Frage ankommt. Streitig ist die Vereinbarkeit des § 2 Absatz 1 Parteiengesetz mit Artikel 21 Grundgesetz beispielsweise beim Erfordernis der intendierten Mitwirkung im Deutschen Bundestag oder einem Landtag. Damit sind die kommunalen Wählervereinigungen vom Parteienbegriff ausgeschlossen, jedenfalls nach einfach gesetzlichem Maßstab. Und dies, obwohl sie in den Kommunen mit denjenigen politischen Parteien konkurrieren, die auch in den Parlamenten vertreten sind. Es geht hier nicht allein um das Prädikat Partei, sondern um dessen handfeste Rechtsfolgen. Vor allem die staatliche Finanzierung nach den § 18 folgende Parteiengesetz, auf die nur Parteien Anspruch haben. Das Recht auf Finanzierung hat implizit über Artikel 21 Absatz 4 Grundgesetz, wo sie, die Finanzierung erwähnt ist, jetzt auch in das Grundgesetz Eingang gefunden. Die Frage, ob Wählervereinigungen als Parteien anerkannt werden müssen, ist offen. Das Bundesverfassungsgericht hat sie nicht eindeutig beantwortet, sondern nur festgehalten, dass auch sie an staatlicher Finanzierung irgendwie teilhaben müssen. Vereinigungen, die nur für Wahlen zum Europäischen Parlament kandidieren, werden von § 2 Parteiengesetz aus dem Parteienbegriff ebenfalls herausdefiniert. Auch hier stellt sich die Frage nach dessen Vereinbarkeit mit Artikel 21 Grundgesetz, zumal § 18 Parteiengesetz Parteien auch nach Maßgabe ihren Stimmenanteils bei Europawahlen staatliche Finanzierung zuspricht. Das Unionsprimärrecht erkennt in Artikel 10 Absatz 4 EU-Vertrag und abermals in Artikel 224a EU-Vertrag die Bedeutung der, Zitat, politischen Parteien auf europäischer Ebene zudem ausdrücklich an. Auf diese Inkongruenz sei an dieser Stelle nur hingewiesen. Das Problem kann in diesem Video nicht vertieft werden. Nun zu den Rechtsfolgen, die sich aus der Eigenschaft als politische Partei ergeben. Damit sind Privilegien, aber auch Pflichten verbunden. Die wichtigsten möchte ich in diesem Video ansprechen. Von den Pflichten handeln Artikel 21 Absatz 1 Sätze 3 und 4 Grundgesetz. Einfach gesetzlich sind sie in den § 6 folgende und 23 folgende Parteiengesetz konkretisiert. Erstens. Die innere Ordnung muss demokratischen Grundsätzen entsprechen. Dies ist eigentlich logisch. Wer an der demokratischen Willensbildung des Volkes teilnehmen will, muss selbst auch demokratisch strukturiert sein. Gibt es Defizite, kann dies mitunter gravierende Folgen haben. Das Hamburgische Verfassungsgericht ließ einmal sogar eine Bürgerschaftswahl wiederholen, weil die Partei, welche damals die relative Mehrheit der Sitze errang, ihre Kandidaten nicht hinreichend demokratisch aufgestellt hatte. Ob diese Folge angemessen oder übertrieben war, sei dahingestellt. Die zweite Pflicht der Parteien ist eine Rechenschaftspflicht. Es soll auch finanziell Transparenz herrschen. In der politischen Praxis sind diese Pflichten bedeutsam, in der Fallklausur nicht allzu sehr. Daher soll es mit diesen Feststellungen sein Bewenden haben. Für die Fallbearbeitung bedeutsamer sind die verfassungsmäßigen Rechte der Parteien. Man entdeckt sie in Artikel 21 Grundgesetz nicht auf den ersten Blick. Der Anspruch auf staatliche Finanzierung ist nur ein einfach gesetzlicher und obwohl Artikel 21 Absatz 4 Grundgesetz diese Finanzierung erwähnt, kann nicht daraus geschlossen werden, dass sie verfassungsrechtlich festgeschrieben ist. Die Rechte, von denen ich sprechen will, sind Freiheits- und Gleichheitsrechte. Artikel 21 Absatz 1 Grundgesetz ist erstens ein Freiheitsrecht. Die Parteien dürfen nicht gehindert werden, an der politischen Willensbildung des Volkes mitzuwirken. Wenn ihnen zum Beispiel durch Gesetz vorgegeben wird, dass auf Wahllisten alternierend Frauen und Männer stehen müssen, wird außer in das aktive und passive Wahlrecht, auch in die durch Artikel 21 Absatz 1 Grundgesetz garantierte Freiheit der Parteien eingegriffen, festzulegen, wer für sie kandidiert. Dann stellt sich die Frage, ob solche Eingriffe gerechtfertigt werden können, zum Beispiel durch das Gleichstellungsziel des Artikel 3 Absatz 2 Satz 2 Grundgesetz. Artikel 21 Absatz 1 Grundgesetz ist aber auch ein spezieller Gleichheitssatz. Alle Parteien müssen gleichermaßen an der politischen Willensbildung mitwirken dürfen. Übrigens lassen sich auch die Absätze 2 bis 4 des Artikels 21 als diese Gleichheit konkretisierende Rechtsverbürgungen verstehen. Solange das Bundesverfassungsgericht nicht die Verfassungswidrigkeit einer Partei oder ihren Ausschluss von staatlicher Finanzierung festgestellt hat, ist die Benachteiligung einer Partei wegen ihrer politischen Ziele, selbst wenn sie verfassungsfeindlich sind, verfassungsrechtlich unzulässig. Auch diese Parteien haben das Recht auf Chancengleichheit. Und diesem Recht korrespondiert auf Seiten des Staates ein politisches Neutralitätsgebot. Das Problem Artikel 28 Absatz 1 Grundgesetz ist nicht immer die einzige Gleichheitsnorm, die auf einen Sachverhalt Anwendung finden könnte. Die passive Wahlrechtsgleichheit wird auch bei Parteien durch Artikel 38 Absatz 1 Satz 1 Grundgesetz geschützt. Als Faustregel kann gelten, dass mit steigender Nähe zur Wahl eher Artikel 38 Absatz 1 als Artikel 21 Absatz 1 Grundgesetz zur Anwendung kommt. Aber eine trennschärfe Abgrenzung gibt es nicht. Mitunter muss trotz des Vorgangs des speziellen Gesetzes vor dem Allgemeinen sogar auf Artikel 3 Absatz 1 Grundgesetz ausgewichen werden. Und zwar in den selteneren Konstellationen, in denen einer Partei nur die Verfassungsbeschwerde offen steht. Ich komme später noch darauf zurück. Und kein spezifischer Bezug zu einer Wahl besteht. Denn ein verfassungsbeschwerdefähiges Recht ist Artikel 21 Absatz 1 Grundgesetz nicht. Wo ist die Chancengleichheit der Parteien praktisch bedeutsam? Ich will Ihnen drei wichtige Fälle nennen. Erstens ist sie natürlich bei der Finanzierung wichtig, die aber für den Klausurfall meist zu komplex sein dürfte. Zweitens bei der Zuteilung der Sendezeiten im öffentlich-rechtlichen Rundfunk. Stichwort Parteien zur Wahl. Hier besteht keine lineare Gleichheit, sondern das Recht, Wahlwerbespots im Fernsehen zu senden, ist degressiv proportional zur Parteiengröße. Die Parteien werden nicht formal gleich behandelt, sondern ihr letztes Wahlergebnis ist ein Maßstab für den Umfang der Werberechte. Aber kleine und neu antretende Parteien dürfen mehr werben, als es ihrer Größe oder politischen Bedeutung entspricht, da sie bei rein linearer Betrachtung praktisch gar keine Werbechance bekommen würden. Dieser Streit ist aber weitgehend erledigt und hat angesichts der schwindenden Monopolstellung des Fernsehens auch an Bedeutung eingebüßt. Die dritte Konstellation aber ist und bleibt ein Klassiker der politischen Praxis und der Verfassungsrechtsklausur, der in Abwandlungen immer wieder in Erscheinung tritt. Äußerungen politischer Repräsentanten, die sich auf die Chancengleichheit der Parteien auswirken können. Sie kommen vor allem in zwei Varianten vor. In der einen informiert die Regierung über ihre Politik, Pläne, Konzepte und ja auch Erfolge. Die Regierung wird zwar von Fraktionen getragen, die ihrerseits von den Parteien beschickt werden. Aber sie darf in ihrer Eigenschaft als staatliches Organ keine Unterstützung für eine Partei leisten, die ja nicht staatlich ist, sondern über die Mitwirkung einer politischen Willensbildung vielmehr dazu beiträgt, dass am Ende einer Regierung gebildet werden kann. Kurzum, die Richtung der politischen Willensbildung und Legitimation darf nicht umgekehrt werden. Die Regierung muss bei ihrer Öffentlichkeitsarbeit, zu der sie sogar verpflichtet ist, neutral bleiben und darf keinen Einfluss auf den politischen Wettbewerb der Parteien nehmen. Dies wäre verbotene Wahlwerbung. In der Klausur muss anhand der Umstände des Falles Modus, Ton, Form, Inhalt oder auch fehlen konkreter Inhalte der Kommunikation beispielsweise und nicht zuletzt Nähe zur Wahl bestimmt werden, ob es sich noch um Öffentlichkeitsarbeit mit sachlicher Information oder schon um Wahlwerbung handelt. Je näher die Wahl rückt, desto strenger die Anforderungen. Die zweite Variante umfasst allgemein Äußerungen, die Regierungsmitglieder oder auch der Bundespräsident in amtlicher Eigenschaft tun. Auch hier ist die Grenze zwischen kritischen Stellungnahmen, die Regierung darf ja nicht meinungslos sein, und politischer Benachteiligung einer Partei, die ihre Chancengleichheit verletzt, nicht leicht zu ziehen. Für einseitig parteiergreifend und damit verfassungswidrig hielt das Bundesverfassungsgericht beispielsweise die Äußerung der Bundeskanzlerin zur Wahl eines früheren thüringischen Ministerpräsidenten mit faktischer Unterstützung der AfD, die sie als unverzeihlich qualifizierte und die rückgängig gemacht werden müsse. Eine Landtagswahl stand dabei nicht bevor, sondern hatte gerade erst stattgefunden. Lassen Sie uns in diesem Zusammenhang noch einen kurzen Blick auf Artikel 21 Absätze 2 bis 4 werfen. Das Grundgesetz erlaubt es Parteien, die gegen die freiheitliche demokratische Grundordnung oder den Bestand der Bundesrepublik Deutschland arbeiten, zu sanktionieren. Mit einem Parteiverbot, Absatz 2, oder einem Finanzierungsausschluss, Absatz 3. Darüber entscheidet in beiden Fällen das Bundesverfassungsgericht. Unter freiheitliche demokratische Grundordnung im Sinne dieser Normen fasst das Bundesverfassungsgericht seit 2017 nur noch, ich zitiere, jene zentralen Grundprinzipien, die für den freiheitlichen Verfassungsstaat schlechthin unentbehrlich sind. Zitat Ende. Als da wären die Menschenwürde, das Demokratieprinzip und die Volkssouveränität und der Rechtsstaat einschließlich der durch den Staat rechtsstaatlich garantierten und begrenzten Freiheit des Einzelnen. Nach Absatz 2 muss eine Partei darauf ausgehen, nach Absatz 3 darauf ausgerichtet sein. Das ist ein subtiler, aber bedeutsamer Unterschied, der erst im Lichte der Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts zum zweiten NPD-Verbotsverfahren verständlich wird. Darauf ausgehen meint danach ein aktives und planvolles Streben, dem zudem Potentialität inne wohnt. Also die Fähigkeit, die freiheitliche demokratische Grundordnung oder den Bestand der Bundesrepublik Deutschland tatsächlich zu beeinträchtigen. Ist eine Partei zu schwach oder unbedeutend, fehlt die Potentialität. Sie wird nicht verboten, aber ihre staatliche Finanzierung kann unterbunden werden. Parteiverbotsverfahren sind langwierig und komplex. Ihre Hürden sehr hoch, dementsprechend selten kommen sie vor. Auch die verfahrensrechtlichen Hürden sind hoch. Das Bundesverfassungsgericht muss, wie sich aus § 15 Absatz 4 Bundesverfassungsgerichtsgesetz ergibt, mit zwei Dritteln der Senatsmitglieder auf einen Verbot oder einen Finanzierungsausschluss entscheiden. Ob Absatz 3 tatsächlich ein weniger komplexes Verfahren ermöglicht, ist fraglich und muss sich noch zeigen. Zum Schluss wollen wir noch einen Blick auf den Rechtsschutz vor dem Bundesverfassungsgericht werfen. Wie können Parteien gegenüber Verletzungen ihrer Rechte vorgehen? Dazu muss zunächst geklärt werden, was überhaupt zu ihren Rechten gehört. Ich beschränke mich auf die verfassungsrechtliche Stellung. Als im Kern private Vereinigungen und Vereinigungen privater sind Parteien Grundrechtsträger nach Artikel 19 Absatz 3 Grundgesetz. Sie können sich insbesondere auf die Meinungspresse und gegebenenfalls Rundfunkfreiheit aus Artikel 5 Absatz 1 Grundgesetz und die Versammlungsfreiheit aus Artikel 8 Grundgesetz berufen. Die Vereinigungsfreiheit aus Artikel 9 Absatz 1 Grundgesetz wird hingegen durch Artikel 21 Grundgesetz konsumiert. Aber Parteien sind nicht nur Grundrechtsträger. Sie sind auch Institutionen des Verfassungslebens oder wie Artikel 93 Absatz 1 Nummer 1 Bundesverfassungsgerichtsgesetz es formuliert, andere Beteiligte, die durch dieses Grundgesetz mit eigenen Rechten ausgestattet sind. Und diese eigenen Rechte ergeben sich aus Artikel 21 Grundgesetz. Will heißen, Parteien sind im Organstreit beteiligungsfähig. Aber wann steht einer Partei die Verfassungsbeschwerde und wann der Organstreit offen? Idealkonkurrenz zwischen beiden Verfahren kann es nicht geben. Nicht nur, weil sich die in Bezug genommenen Rechte unterscheiden, sondern auch die verfahrensrechtlichen Grundlagen sind unterschiedlich. Bei der Verfassungsbeschwerde agiert die Partei als Grundrechtsträger, der dem hoheitlich agierenden Staat gegenübersteht. Beim Organstreit dagegen nimmt sie ein Verfahren in Anspruch, das sonst der organisierten Staatlichkeit vorbehalten ist. Wir können dabei drei Fälle unterscheiden. Erster Fall. Ist die Partei als Einrichtung des Verfassungslebens betroffen, muss sie zum Organstreit greifen, jedenfalls dann, wenn Antragsgegner jemand ist, der ebenfalls im Organstreit beteiligungsfähig ist. Dies betrifft insbesondere jene wichtigen Konstellationen, in denen die Chancengleichheit der Partei durch gesetzliche Maßnahmen oder Äußerungen von Regierungsvertretern oder des Bundespräsidenten beeinträchtigt ist. Zu beachten ist, dass § 63 Bundesverfassungsgerichtsgesetz, der die anderen Beteiligten nicht nennt, im Einklang mit Artikel 93 Absatz 1 Nummer 1 Grundgesetz insoweit ergänzend ausgelegt werden muss. Ein Beispiel bindet die schon erwähnte Äußerung der Bundeskanzlerin über die unverzeihliche Wahl. Die betroffene Partei ist hier Antragstellerin, die Bundeskanzlerin Antragsgegnerin. Wer sich die Partei gegen ein Gesetz wenden, das sie benachteiligt, ist Antragsgegner der Bundestag. Denn er beschließt die Gesetze, wie man in Artikel 77 Absatz 1 Grundgesetz lesen kann. Zweiter Fall. Die Partei ist nicht in ihrer Eigenschaft als Einrichtung des Verfassungslebens betroffen, sondern sie hat von Rechten Gebrauch gemacht, die allen Grundrechtsträgern zustehen, ohne dass ihre Parteieigenschaft eine besondere Rolle spielt. Zum Beispiel hat sie eine Demonstration organisiert. Wird die verboten oder beschränkt, kann die Partei sich auf Artikel 8 Grundgesetz stützen. Artikel 21 Absatz 1 Grundgesetz dürfte daneben gar nicht betroffen sein. Dritter Fall. Die Partei ist zwar spezifisch als Akteurin des Verfassungslebens betroffen. Die Einrichtung, von der die Beeinträchtigung ausgeht, ist aber im Organstreit nicht beteiligungsfähig. Das trifft beispielsweise auf Rundfunkanstalten oder Kommunen zu. Es kommt oft vor, dass eine Halle oder einen Saal einer Partei, die dort eine Veranstaltung abhalten will, zu Unrecht versagt wird, obwohl § 5 Parteiengesetz in Konkretisierung der verfassungsrechtlichen Vorgaben bei öffentlichen Leistungen Gleichbehandlung aller Parteien anortet. In solchen Fällen kann die Partei nach Erschöpfung des Rechtswegs Urteilsverfassungsbeschwerde erheben. Verletzungen des Artikel 21 Absatz 1 Grundgesetz können auf diesem Wege aber nicht gerügt werden, denn Artikel 93 Absatz 1 Nummer 4a Grundgesetz listet ihn nicht auf. Deshalb muss Artikel 3 Absatz 1 Grundgesetz als ein Auffanggrundrecht herhalten. Dies ist notwendig, damit keine Rechtsschutzlücke erwächst. Damit ist dieses Video an seinem Ende angelangt. Ich hoffe Ihnen, die verfassungsrechtlichen Probleme politischer Parteien etwas näher gebracht zu haben. Weiterhin viel Erfolg im Studium und bis bald!